Er war ein Kind aus Favoriten und hieß Matthias Sindelar. Er stand auf grünem Platz in Mitte, weil er ein Mittelstürmer war. Er spielte Fußball und er wusste vom Leben außerdem nicht viel. Er lebte, weil er leben musste, vom Fußballspiel fürs Fußballspiel. Er spielte Fußball wie kein Zweiter, war stark voll Witz und Fantasie. Er spielte es sich leicht und heiter, er spielte stets, er kämpfte nie. Er warf den Glocken, Schopf zur Seite, seinen Herrgott gültig sein. Er stürmte durch die grüne Weite und manchmal bis ins Tor hinein. Oh, Matthias Sindelar, Gott fuß bei Gott. 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 Du hast unser Eier, was ist mein Gott, wie ist mein Gott? Und wir sind der Blatt, niemand weiß, was in jeder Zeit geschah. Mein Gott bewohnt zu kombinieren und kombinierte manchen Tag. Sein Überblick ließ ihn erspüren, dass seine Chance in Gas anlag. Das Tor hat auf das Seher dann geschritten, lag stumm und dunkel, ganz und gar. Er war ein Kind aus Favoriten und hieß Matthias Sünderla. Matthias Sünderla, du hast unser Fußballstar, was ist mein Gott, wie ist mein Gott? Matthias Sünderla, jeder weiß, was in jener Zeit geschah, was ist mein Gott, wie ist mein Gott? Matthias Sünderla, du hast unser Fußballstar, was ist mein Gott, wie ist mein Gott? Matthias Sünderla, niemand weiß, was in jener Zeit geschah. rundaire, du hast unser Fußballstar, wie ist mein Gott. Das validity ist mein Gott, wie ist mein Gott im Jener Fan, wie ist mein Gott, wie ist mein Gott, wie ist mein Gott, wie ist mein Gott, wie ist mein Gott? Untertitelung des ZDF, 2020